Ah, oder auch nicht. Oh, was steht da? Son of a bitch. Kann ich halt mir jetzt nochmal durchlesen? So, nochmal. My dearest faith, I'll never meant to hurt. Oh, Leute, wie schnell soll ich denn lesen? Never meant to hurt you and cannot knowing... Have, this was for the best, I'll see you again, love. Aha, aha. Irgendwas komisches auf jeden Fall. Ach, guck mal an, jetzt liest du es bestimmt mal vor. My dearest faith, I've never meant to hurt you and I cannot endure, knowing that I have. This was for the best, I'll see you again, love your devoted Lord. Okay, irgendwas ist da wohl passiert zwischen den beiden. Und weißt noch nicht was. Und er hat ein ganz schlechtes Gewissen deswegen. About all we can hope for at this point. Zwei tote Fables in einem Tag. Ja, dafür gibt's auf Wikipedia. Dusty. No one's read these in a while. Wer will auch schon Enzyklopädien lesen? Ganz im Ernst. So. Können wir nochmal vielleicht da gucken? Obwohl, da steht auch nichts. Nix spannendes. Hm. Da oben? Nee. Wasser? Können wir noch irgendwas mit Wasser machen? Wow. Okay. Also nicht. Hm. Okay, die bückt sich da noch vorne rum. Ah, hier können wir noch was aufmachen. Alter, hab ich mich erschrocken. Alter. What the fucking hell. Hahaha. Das ist doch der Typ. Den wir auch bei tote gesehen haben. Alter. Hab ich mich erschrocken. Die. Alter. Hör mal auf, um dich zu bewerfen, Arsch. Lol. Huh. Weg hier. Los, komm, gib Gas. Rechts rum. Nein. Falsche Tür. Falsche Tür. Los. Go. Wow. Shit. Nicht cool. Was geht hier ab? Ja, wir kennen den Weg. Ah. Und da durch. Oh, der große, böse Wolf ist schon ein Tier. Jawohl. Wird sagen, gefangen. Okay, jetzt gleich gefangen. Morgen ist der lange ran. Wer bist du? Wer dann? Ich weiß, wie es aussieht, aber ich hatte nichts zu tun mit dem. Wer dann? Dann, wer war das? Schau, ich fragte ihn gerade über die Mädchen. Das ist alles. Als ich erwähnt habe, sie zu tot, hat er erschrocken. Ich habe gedacht, jemand hat ihn gesagt. Wie soll ich es wissen? Shit. Der Mann hat sich gerade vor mir gefangen. Ich konnte ihn nicht stoppen, Mann. Wer ist denn dein Boss? Nein, verstehe ich nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich das mache. Komm schon. Du kommst mit mir. Das könnte sein, dass es leicht ist. Oh, keine Angst. Es ist immer noch. Komm schon. Dumb. Dumb? Ja, es ist. Schau, es wird dir viel leichter, wenn du... Nein, ich bin D. Er ist Dumb. Nein. Und cool. Wer war das? Wohin sind sie gegangen? Sieht aber nicht glücklich aus, die Snow White. Hat er mich denn jetzt niedergeballert? Gute Frage. Every time I think I'm getting a handle on what's going on, things just get more complicated. It feels like we're always a step behind. The Woodsman is the only lead we've got, and he was one of the last people to see Faith alive. Getting some answers out of him will start to clear things up. I hope you're right. Bigby? Be honest with me. Keine Ahnung. Die ist schon sehr verdächtig. Finde ich auf jeden Fall sehr auffällig. Okay, was war jetzt hier schön? Taxifahrer mit Krawatte? Krass. Thanks for your help. Süß. Das ist eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Go ahead. Go ahead. Dann halt nicht. Hm. Krane läuft alles seine eigenen Weg. Du machst dein Best. Das ist alles, was jemand kann. Obviamente, du wirst nicht wissen, was ich jeden Tag machen. Jetzt bin ich der Garten, um sicher, dass diese Menschen nicht entfangen sind, wie er sagt, wasst ihr Zeit. Du wirst es schützen. Ich weiß nicht. Es ist nur ein System verletzt. Das System. Die Fables, die durch die Hintergrund, wie Bluebeard. Wir haben alle Zeit in der Welt für sie. Du versuchst, durch die Front Door, durch die Channels benötig, für irgendwas, die Hilfe brauchen. Nun, ich lege dich weg. Jetzt sind die Dinge schlimmer als sie haben. Das ist nicht wahr. Genau. Wir haben es schlimmer. Aber nicht so viel. Vielleicht ist das nicht für mich. Ich dachte, das öffentliche Service war einfach. Du solltest es rausnehmen. Es gibt viele Fables, wenn du in der Position bist. Und ich denke, es ist einfacher, zu ändern etwas von der Mitte. Du sagst mir, dass die Veränderung kommt von der Mitte. Uh, sicher. Tja, das ist schon eine krasse Zwei-Klassen-Gesellschaft dort. So. Dann mal rein in die gute Stube. Und haben wir den da jetzt. Bigby. Be careful. Seuss. You too. The same goes for you. Ah. Was schön. So. Trap Trap. Trap Trap. Trap Trap. Trap Trap. Erst mal die Krawatte lockern. Und ein Bier bestellen. Aha. Was bist du denn? Den Typen kenn ich. Was willst du, Sheriff? Sheriff Business. Official Fable Town Business. Oh, naja. Wenn es ist official Fable Town Business. Schau. Ich werde jetzt nicht fragen, wo er ist. Okay? Ich will nur wissen, wann er hier war. Das ist alles. Wer? So. So. Try again. He hasn't been here for a few weeks. No. Maybe. I don't know. But yeah. He hasn't been here in a while. If he's been here at all. Which. I don't know. Um. You are your own woman. I just like some help. And I'll be out of here. Well, I'd be willing to help you out of here. Would that help? Irgendwie sind wir hier nicht so willkommen, habe ich das Gefühl. Gren? Wer ist denn Gren? Da. Da ist er, der Woodsman. Ja, danke für die Hilfe. Ein halbleeres Glas. Aha, aha, aha. Wer könnte das nur haben? Wem könnte das gehören? Wer ist denn das? Wer ist das? Wer ist das? Wer lacht. Warum hast du es dann nicht sauber gemacht? Warum hast du es nicht sauber gemacht? Wenn du einen schöneren Ort willst, fühlst dich frei, raus raus. Ich fühle mich von dir einen sehr hostilen Tone aus. Don't deny it. Und, was haben wir hier noch? Ach, guck an, ein paar Feuerzeuge. Die gleiche Feuerzeuge, wie wir es auch dort haben. Hm. So. Dann haben wir hier noch. Lecker. Pinkeld Eggs. Boah. Pickeld. 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 Baaah. Mega eklig. Wo hast du das Mysterium für dich? Sie sind pickelde Ecke. Oh, ich weiß, was sie sind. Ich versuche nur zu finden, warum jemand das essen würde. Das frage ich mich allerdings auch. Zigarettenmaschine. Okay, was kann man da ja rausfinden? Huff and puff. Scheinbar will Telltale Games irgendwie eine neue Zigarettenmarke rausbringen oder sowas. Das wird ja oft beworben, ja. Erstmal nur Huff and Puff nehmen. Oh. Okay, können wir nicht. Sit down and talk. Free beer tomorrow. Only right next to you. But there's only one right next to you. You're gonna order something? Or are you just here to bother my customers? Get me a beer. You know what I mean. Give me a Midas Gold. You want a lime? Ja. Sure. I think they have some of the bar down the street. Die sind echt unfreundlich. Yep. I think it's fucking hilarious. It was alright. Help me, help you. Come on, guys. I don't want to be here. You don't want me here. The sooner you answer my questions, the sooner I'll be out of here. Na, wer ist denn da? Gucken Sie sich schon so gegenseitig an? Oh oh.